Ich muss es immer wieder betonen, ich muss es betonen. Es ist warm, Studiofenster ist auf und da hört man hier und da Autogeräusch. Wenn sich mein Affe und mein Kater guten Morgen sagen, der eine grünzt, der andere faucht und spuckt, dann habe ich ein solches Gefühl im Magen, als hätte ich vom Landbriefträger den Fuß verschluckt. Ich wollte dir nur einfach mal einen schönen Tag wünschen. Und du, lass dich nicht stressen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017